hallo hallo ich hab mir schluss gesagt sorry leute hallo jetzt du streamen ist nicht so wichtig es ist safe okay es ist safe komplett richtig schön donald braten die befürchtung habe ich halt jetzt auch weil wenn jetzt eine gewisse cutscene kommt die ich im kopf habe dann sind wir auf jeden fall noch viele folgen davon entfernt zu singen aber diese welt ist so groß naja dann ist es also könnte trotzdem singen den film an und dann welche claim die szene ist gestummt und kapitel sind nicht dabei feels not let it go feels let it stay aufhört mich anzufassen mit was geschieht genau darum muss überfragen so wohnen ja komm guck mal in den spiegel wie das titanfall gameplay aus toy story an finale und mittel auf pokémon und finale zu spät finale pokémon ist doof weißt du warum selbstmordattentat spielt der mich bei den jojos und jojos im gesicht tun schon weh wenn du wieder voller keine reinen ballast ich kann jetzt schon locken vielleicht mal die eier in die mikrowelle tun vielleicht ganz andere als akkupfen donald meteo der erste folge bodenbrecher ich will singen Nr. Wenn die Dinge gleich ins Spiel kommt dann reagieren wir gleich noch drauf. Nr. Elsa, bist du okay? Ich... Ich bin sorry, ich war so schmerzt. Danke für eure Hilfe. Ach, Rudolf! Dir hat Rudolf getötet. Zum Glück. Kann ich auch mit Eis gar. Wir haben... 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 Wir haben die... Wir haben... Es muss wohl auf dem Weg gehen. Das ist mein Haus jetzt. Ich kann nicht nachult. Ich will keinen... Was? Eurendell ist sicherer, mit mir durch hierco zu warten. Nicht sicherer für dich! Oh... Please, go away! Elsa... Oh, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong. Verkling geht's immer gut. Lader hat letztes Gorgel gesagt. Ich hab Angst, dass etwas passiert und wir dann ganz lange keinen singen hören, das würde ich aber jetzt glaube ich das aufbauen. Woher kommt die Bitch? Oh, die Bitch. Wenn Lorien da ist, muss da Elvina da sein. Das ist der Organisationskode. Du wusstest? Entschuldigung? Oh ja, du hast vergessen. Was die sich alles über Miki und Rico denken müssen. Miki hat das ganz mit Absicht gemacht, damit einfach, keine Ahnung, sie wird einfach überrascht. Sie wird einfach überrascht. Wie alle, die Wicom gespielt haben. Sie scheint zu denken, dass sie uns kennt, also vielleicht sollten wir zusammen spielen. Nicht, falls ihr Name ist Tara. Entschuldigung, ich bin gerade hier. Oh. Warum bist du nach Elsa? Coco. Die Küssere als du. Die Küssere als du schützt. Aber wir werden uns nicht mit deinem Meddeln aufbauen. Bleib hier und behaue dich selbst. Wir schützen eigentlich vor die Welten, ne? Und ja, wir singen heute nicht. Wir singen heute leider nicht. Sehr schade. Wenn man Luxine hat, die hat ja so mega Elektrizitätskräfte. Oh, was kann man mit Elektrizitätskräften machen? Strom. Genau. Eis kontrollieren. Es gibt einfach sowas von keinen Sinn, aber Disney wollte halt irgendwie keine Ahnung, dass sie halt nicht so viel verändern. Und deswegen passiert das halt jetzt. Ja, sie rennt noch. Glaube ich. Sie rennt noch. Glaub ich. Sie rennt noch zwei Stunden. Oder? Ne. Ne. Kommt nämlich ein ganz großes Areal in so einem Eispalast. Nächste Woche. Ganz sicher. Nächste Woche genau. Aber nicht Donnerstag, sondern, weiß er nicht. Bier Montag. Aber eigentlich ist es mir egal, wie wenn man von anderen ist. Nächste Woche ist ihr Urlaub oder so. Haha. Nein. Well, we can't stay in here. Elsa is in real trouble, man. Yeah. Larxene promised not to hurt her, but I trust those guys as far as I can throw them. Ja, wie war man denn Sonnerstag? Ich weiß, und bin ich wahrscheinlich bei meinen Eltern. Bei Mami und Papi Fräse. Aber Papi heißt gar nicht Fräse, aber das ist eine andere Geschichte. Tja. Ja. Gab sie diesen Ort hier im Film? Ich hab keine Ahnung. Not afforded to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is holding like a swirling storm inside. Couldn't keep it in. Even so. Machuille weiter. Machuille weiter. Gettet pots fest. Let it go. Can't hold the deck anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. It's not good. Da 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 da. Distance makes everything be small. And the fears that one controls me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and breakthrough. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go. Let it go. I'm on run. Let it go. Let it go. You will never see me cry. Here I stand. And here I go. Let the storm rage on. My... Oh, I'm back. Hi Leon. Hi. It was nice. I liked it. Oh, it flew through the air into the ground. My soul is waiting for the... What's the way? That was an Easter Egg, Clemens. Haha. Easter Egg. Easter Egg. Let it go. Let, I need it. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. And I rise like the wake of dawn. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Perfekt girl is gone Here I stand in the light of day Let me the storm wage on The gold never caught me better anyway So, nächste Woche kann Leon sing, weil ich kann ja nächste Woche nicht singen Übrigens, wenn ich mal schlecht drauf bin, mag mir einfach ich soll singen Das tut mir eigentlich immer echt gut Und wenn ich vielleicht drauf bin, denke ich nicht dran, dass ich ja singen könnte Okay, merk ich mir Mir geht's echt gut Was sollst du sagen? Merke ich mir Dankeschön, dankeschön Einfach, let it go sing oder was anderes Ja, muss nicht let it go sein, aber es hat den Film nie gesehen, aber es hat trotzdem ein schönes Lied Ohja Ich habe übrigens gerade ein Mickey Symbol gesehen während des Kampfes Sehr gut Soll ich wirklich ein Copyright Claim Weil es so gut gelungen habe Kann passieren Kriege ich hier Copyright Claim, wenn es dann wirklich kommt nicht The old man never taught me anyway The old man never taught me anyway Help me step, bro Ja, mach doch mal ein Foto Ja, ich bin dabei, ich habe nachgedacht Nachgedacht Du wolltest extra auf mich warten Ja Nett Ich hängel Hm, fällt mich Saskia einstuck Steps Saskia Steps Saskia Steps Saskia Also wie gesagt, dieses Areal ist halt recht lang Ich weiß jetzt genau wie lang, aber es ist halt recht lang Und dann, keine Ahnung, dümpeln wir halt wirklich sehr lang Und auch auf den Berg herum Ich wirst du dann nächste Woche erleben Ich freue mich auf ähm Horizon Äh Masterfacts Pass mal auf, ich trete mich da hoch Das schaffe ich In wem da bloßen würde man das auf jeden Fall schaffen In wem da bloß uns würde man das auf jeden Fall schaffen Das auf jeden Fall, ja Das sag ich doch Geil Oh Und sag ich von der anderen Seite Richtig Ha Oh Du lachst einfach, man sollte nicht so hoch Weiß ich nicht Gehen wir weiter Das passt schon denke ich Vom Geheimgang Ja Hm Schwierig Schon die hast du gerade gefunden Ich hoffe, danke Clemens Ja, wovon Wo kam ich jetzt? Also Von unten wahrscheinlich Äh Äh Dann soll man wieder zurückgehen Äh Ja Im Geheimweg Und dann den legalen Weg gehen Dann weißt du so scheiße Ja, ist vielleicht besser Mein war das jetzt hier Ja, ne Ja Ja Ja, hat er Hat einen Proto gemacht Ja 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 das ist ein bisschen schwierig mit dem rhythmus aber geht es auch hier lang faszinierend jetzt auch eis da hilft auch feuer laksin und die eispalast man kennt es jetzt fotografiert mit diesem ding einst du michis ding sieht auch so aus also halt auch so drei kreise ja von der drei also von der je nachdem wie er steht drauf nicht vorsicht haben wir ja so ein bisschen unterbewegen kann ich euch am einbring zeigen nachher einfach alles weiße hier nur 142 p einfach nur alles weiß jetzt hört er auch immer auf aber ja so die kreuzmen aber bessere wollte man der was wird auch aus mir an ebay kann ich schnell singen kann nur schätze singen aber ich singe gerne vorlesen auf deutsch ich singe so gerne ich singe schrift ich singe auch schlecht glaube ich ich werde nächstes mal wieder mit singen da hört mich zwar keiner aber ist wahrscheinlich auch gut los schnee mann ruhig hier geil aber ich bin jetzt zu viele wege so eine architektur hat laksin durchgespielt auf jeden fall da kommt jetzt so eine eiswand vielleicht ah ja jetzt weiß ich wo ich bin wir waren zwar eben nicht hier aber macht ja nichts was leon don't bother me anyway älter singt doch gerade wir sind einfach nicht dabei doch wir werden noch dabei sein aber Aber Kai und Lila rennt halt immer noch, wie ne Irre. Komm, man sagt auch gut in den Film rein schneiden, das Gespräch mit Zora und den Film hat rausgeschnitten. Kämpfer machen Spaß. Ich besiege die niemanden. Ich besiege niemanden. Okay. Ich sage, ich zerstöre keine Kiste. Ich habe gezaubert, hast du es gesehen? Nein. Okay. Willst du es nochmal sehen? Ja. Willst du es nochmal nicht sehen? Pack deinen Hammer aus. Okay. Das war der Wosenstelle. Ach so, oder? Alter, was ist das heute für ein... Egal. Ist das jemals anders? Ja. Das liegt auf jeden Fall an mir, denke ich. Du weißt es nicht. Wahrscheinlich, aber... Aber du lässt mich ja drauf ein. Ja. Ich stelle die Frage, wie weit du dich noch drauf einlassen lässt. Willst du dich neben dir setzt oder deine Schulter was tun? Also du mich dadurch sexuelle Belästigung einfangen willst. Obwohl du damit einzustanden warst. Klassiker. So, und jetzt wird Into the Unknown aus großen Zweigelung. Ne, kein Bock. Denk ich nicht drauf. Ne, weiter. Lege ich da einen Reaction-Stream auf die, ähm... Cutscenes. Finde einen Ausweg. Der Guido. Danke für's heilen. Guido-Maria-Kretschmaul. Komm, mach ne Luftkretze gegen die Säule. Das wandelnde Schloss. Ungefähr Monsterhaus. Der war voll gruselig. Was geht? Ähm, ich hatte meine Eltern, haben wir mal das Spiel ausgegeben aus der Videothek. Ich hatte recht Angst vor dem Spiel. Ich hab's gar nicht getraut, um zu spielen. Hm. Ich versteh halt... Gar nichts. Ach. Wir werden Gänge noch erkunden hier. Ist ein Drang. Wir sind noch gekommen. Nee. Höh. Doch, hier waren wir. Probest. Aber ich weiß es nicht. Ach so, ja doch. Hier, warte mal. Hier war jetzt der... Geh wieder hoch. Und dann ist der andere Weg. Oder da war auch ein anderer Weg. Stimmt auch. Aber da haben wir einen Weg aufgemacht oben. Was ist hier los? Da haben wir auch mal so ne Säule. Hm. Hier oben ist wahrscheinlich so ne Truhe. Oh. Ne. Hä? Ah ne jetzt. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier waren wir, ja. Verpiss ich mich wieder. Alle Wege führen irgendwo hin. Mit Vido und Kretschmer. Das Leder-Taken-Klacks. Zwei Freunde. Ist klar. Na 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 na. Also wie gesagt, Klingemanns-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens-Wertens. Nächstes Jahr Spyro 2 bei mir kommt? Ja. Krasse Rutsche. Haben mir gefallen. Alle Lüge. Spyro 2 besser als Tony Hawk's 2. Vermutlich. Skateboarding in Spyro 3 funktioniert auch besser als Tony Hawk's 2. Ich bin gespannt. Es wird brillant. Hau. Kürz'n Skateboard rausgeholt. Hau. It's in die Haier. Hau. 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 schön weiter rutschen haben wir die gegner auf der rennstrecke ttr nicht anders aber auch mal gegner auf der rennstrecke mitarbeiter immer kurz weg wir müssen nicht was man jetzt weiß ich nicht skippen bis gesungen wird wir nehmen so ein sheet dann können wir singen die aktivieren das früher modus ich wollte gerade sagen wo das rechtlich geschütztinhalte werden gesperrt gibt es gar nicht warum kämpfe ich oder mein fighting vor klassiker gehen wenn sie wiederkommt ist das meine negativen gedanken schon das ist eine gute sache aber übrigens heute ist der weihnachtsfeiertag oder so keine ahnung was weiter weihnachtsfeiertag man weiß es nicht was ist ein feiertag? heute ist feiertag achso ja quasi ja für die leute die das jetzt live lehnen die sind verwirrt wahrscheinlich habe ich verrechnet und heute ist einfach weiß ich nicht jetzt kommt immer ganz zum anderen tag, heute istwynwester? ne das will ich nicht wie wir in der folge ist das? ich glaube ja die sa- scige achtce cheisze wenn das jetzt gerade die achte folge ist dann es ist heute der erste erster weihnachtsfeiertag okay cool! dazu passend beenden wir jetzt die folge vielleicht kommt die nächste am z� fn weihnachtstag Geh ja. Tschüss!